Hi, es ist Freitag und Maxim und ich sind in Berlin, genauer stehen wir gerade am Berliner Hauptbahnhof und die Minis haben sich vermehrt. Wir sind nicht mehr alleine, unser Mini freut sich. Wir sind beim Schachboxen, das heißt Boxer kämpfen gegeneinander und spielen Schach. Das Ganze wird natürlich wieder von uns hier mitgesponsert und wir machen eine Fahrkolonne hierher, das heißt, die Leute haben da vorne unsere Promotermädel stehen, bei denen sie sich dann anmelden können und werden dann vom Hauptbahnhof quasi direkt zum Kampfgelände gefahren. Wenn ihr jetzt quasi gerade zum Schachboxen wollt, vielleicht sehen wir uns da noch, ansonsten seht ihr es ja jetzt quasi. Vielen Dank, lieber Kim, für die Anmoderation. Nun geht es los. Vielen Dank. Liebe Schachbox-Freunde, willkommen im Klopp. Liebe Schachbar, willkommen im Klopp. So, she turns the game around, game around, game around, she understands the time. So, she turns the game around, game around, game around, she understands the time. She understands the time. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.